SWAT! Hör auf da! Hello again meine Freunde, vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Hardkiller, erstes FIFA 22, Weekend League, Schrägstrich, Belohnungsründchen. Ja meine Freunde, der erste Weekend League ist vorbei. Hä? Hm, ja, schön, ne, schön, ehrlich. Teil mir was deswegen in eure Meinung unten in die Kommentare rein, was ihr von dem System haltet, was ihr von diesen Rängen haltet. Keine Ahnung. Das hier ist ein Video für diejenigen, die nicht im Stream dabei sein konnten. Was weiß ich warum nicht. Ja, ist Blamage hoch 10. Ich habe mal versucht, unseren Weg, weil wir eine verdammte Streak hatten, mal versucht, euch zu zeigen, was am Sonntag passiert ist. Wir sind am Freitag mit 4-4 rausgegangen. Aber all das seht ihr jetzt hier in dem Video. Würde mich super über eine positive Bewertung freuen. Ballert die Kommentare voll, welche Player-Picks, Belohnungen ihr in den Rewards hattet. Beziehungsweise habt ihr die Player-Picks schon. Ich habe ja meine schon, weil ich die vorher nicht da eingelöst habe. Aber ich denke, ihr kriegt die auch irgendwann, ist klar. So gehen wir rein, viel Spaß. Gehen wir jetzt rein, Jungs. In geilen Modus, ey. Wir gehen doch nicht rein. Entschuldigung, falsche Information von mir. Jawohl! Ist der Ping wieder richtig gut? Ja sicher, Imker Jungs. Perfekt, einfach kein Bild da oben auf der Karte? Bruder! Wo ist der denn die Fackel her? Dafür ist deine Waffe, ne? Bei Eggman, der Typ! Why you mad, Bro? Schiedsrichter? Waren wir wieder in der Pause bei der gegnerischen Mannschaft in der Kabine? Haben wir wieder einen Apfel gekriegt, ja? Oh, Lahm, deine kurzen Beine. Ach, Mann, ey, Lahm, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Zyanki-Bolki. Ey, der Mbappé kann noch viermal spielen, ne? Dann ist der Vertragslos, Jungs. Der FC Schalke ist schon dran. Nein! Nein! Mit ins Tor geschossen! Aber no joke, ich habe, ich weiß nicht, ob man meine Schussanzeige gesehen hat. Ich habe voll aufgeladen, ne? Ich habe komplett aufgeladene Dinge. Oh mein Gott! Ich bin 25,5 Jahre alt. Ich habe niemanden geprankt, Relix. Ich habe niemanden geprankt. Ich habe einen Pack geöffnet, danach ist mir eingefallen. Ich wollte Eusebio kaufen. Das habe ich gemacht und dann bin ich ihm Kohle holen gegangen. ... ... What a pass, Alter! Komm her ihr, komm her Komm her, komm zu mir Komm zu mir, komm zu mir Komm zu mir, komm zu mir Bildendes Händchen, dieser Trainer Philipp Lahm, hast du gesehen? Hm? Boah, Junge Edwin ist einfach ne Bank Bing, Bank Nee, nee, nee Ref, nein, 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 nein Das ist kein Elfmeter Boah, der rennt doch voll in mich rein Das ist kein L bueno zu Das ist kein L bueno zu Nein, der Gegner spielt aber wirklich wie ein Seppel, ne? Der Gegner spielt so wie ein Seppel, das gibt's überhaupt nie, ne? Das wird einfach belohnt, ne? Gegner spielt absolutes Angsthasen-FIFA, also was anderes kann ich dazu nicht sagen, ne? Das Angsthasen-FIFA, was der zockt. Habt ihr das gesehen? Das ist nicht programmiert, ne? Ist nicht programmiert. Natürlich nicht. Lahm ist einfach zu blöd, um aufzustehen. Ich hab grad mehr damit zu kämpfen, dass ich nicht einpennen, wie den Gegner hier irgendwie, äh, gefährlich werden zu lassen, ne? Junge, 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 ey. Puh! Puh! Bin in deinem Head drin, in deinem Kopf bin ich drin, Junge! Ja, aber keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich fand der Gegner, das war super langweilig, was der gespielt hat, ne? Natürlich ist das effektiv, aber ich weiß nicht, ich könnte so nicht zocken, ne? Ehrlich. Ich könnte einfach so nicht zocken. Bei mir wird irgendwann die Ungeduld einfach reinkippen, ne? Ich hab aus Versehen Schuss-Täuschung gedrückt. Ich hab keine Ahnung, ob das damit jetzt zu tun hatte. Boah! Mann! Ey, vielleicht kriegen wir ja jetzt vier voll coole Leute, die ein Eigentor schießen und rausgehen, weil die durch sind. Ey, das wär voll cool. So was ist aber, ey, come on. So was ist aber lächerlich, ey. Würde ich mich schämen, so ein Tor zu schießen. Wow! Zieh auf, die Snur! Zieh die Snur auf! Nein! Ey! Der wird schlecht von mir träumen. Glaub mir das. So ne Vollflasche, du. So gut gespielt. Chat, ich war wieder voll da, ne? Rückstand, Moral gezeigt. Und jetzt kriegen wir ja den E-Sportler. Geht aus! Also dieses Gameplay heute ist von anderen Planeten, ne? Ich kann euch nur sagen, gewöhnt euch da nicht dran, ne? Stark gespielt. Gegner ist echt gut. Stell mal um, Jungs. Ich probier mal umzustellen. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir da besser klar gegen den. Ich stell mal um 4-2-3-1. Das dauert mir auch schon wieder zu lange, was der zockt, ey. Ich bin für sowas zu ungeduldig, ey. Hat der nicht Rabona jetzt gemacht? Ich konnte nix machen in der Situation. Das nervt so übertrieben, ne? Diese Pingpong-Scheiße da jedes Mal. Ja, also dann beißt ihr halt auch nicht, ne? Dann beißt ihr halt wirklich auch nicht. Was soll ich denn da noch machen? Das ist das, was mich dann sauer macht. Scheiße auf ne Niederlage. Geh 3-0 nach 90 Minuten. Ich sag nichts. Mach 3-0, alles ist gut. Aber schick mich nicht in ne verkackte Verlängerung rein, die ich eh nicht gewinnen kann. Das nervt halt. Aber machst du nix, ne? Ja, aber Timo, dass ich mich da dann hängen lasse, nach so ner 122. Minute da gerade, da hab ich dann keine Nerven mehr für, ne? Ich hoffe, dass das System geändert wird, ja. Weil das, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das fühlt sich jetzt nicht nach was Gutem an. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Äh, ich quitte die jetzt, damit ich meine maximale Punktzahl da erreichen kann. Die Spiele jetzt brauch ich nicht machen, weil ich kann keinen Rang mehr aufsteigen quasi. So, das ist jetzt einfach wasted. Alle, 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 alle. Premium-TOTW-Pack und 1500 Qualifikationspunkte. Ich seh uns nächste Wochenende schon wieder. Quali schaffen wir nicht, ne? Da, da würd ich richtig fühlen einfach, ne? Hätt ich richtig Bock da. Einfach die Quali nicht schaffen. Jo, ihr habt da gesehen, ey, Rang 2 oder was wir da jetzt sehen, ne? Gefühlt ist jeder irgendwie Rang 2, ne? Das ist nix, irgendwie ist das nix Besonderes. Keine Ahnung. Generell die Ränge sind irgendwie nix Besonderes. Komisch. So, versteht ihr, was ich meine? Nein. Nö. Doch. Ich war mit unserem Gameplay, war ich am Freitag absolut irritiert und am Sonntag war ich super zufrieden. Ich meine, hey, wir hatten einen neuner Winning Streak. Wie wir das hingekriegt haben, weiß ich auch nicht. Jetzt werden wir schön durchs Quali-Turnier fallen und dann ist alles wieder gut. Wir haben drei Spieler-Auswahl-Mopeds hier. Das sind ja eigentlich Elite-Rewards hier. Keine Ahnung, ob der Rang hier noch wirklich was mit Elite zu tun hat, weiß ich nicht. Aber hey, gib mir den roten Zoniboy. Ja, komm, gib her. Mach Zon in rot, hat sich gelohnt. Das Schwitzen hat sich gelohnt. Ach, du Scheiße. Ja, komm, hör mal. Kevin Trapp, den Lukatei-Lieder, den hab ich in rot. Ist da aber auch. Foden, ne? Foden würde auch noch gehen. Foden. Sody. Ich meine, Team of the Week ist halt wirklich nur Foden und Zon, ne? Ich werde auch mein Inform-Pack nicht öffnen. Weil es macht einfach keinen Sinn, weil wir hier den Zon drin haben. Ja, nee. Also, wenn das Inform-Pack lass ich zu, Jungs. Pff, ja. Keine Ahnung. Sind halt die ersten Player-Peaks. Die sind krass, ne? Ist gut. So, komm, dann gehen wir rein. Mega-Pack. Mach fertig, Junge. Ey, aber einen Walk-Out. Hätte ich schon nicht mitgerechnet, ne? Wenn ich mir da einige andere 100k-Packs angeguckt hab. Und das war das dreiste Jahr. Wir haben immerhin einen Walk-Out drin gehabt. Damit kann ich arbeiten. Dafür scheißt wahrscheinlich dann 100k-Pack rein. Ja, ich weiß noch nicht, was ich von dem Modus, von den Belohnungen und so halten soll. Das sieht alles immer so krass aus hinten raus. Kommt dann aber jedes Mal irgendwie die Ernüchterung. Halten wir mal sessig in eure Meinung. Ich muss sagen, am Sonntag, gerade am Sonntag hat es Bock gemacht zu zocken, weil ich einfach, ich hab einfach nur gezockt. Ja, ich hab einfach nur gezockt. Dann gewinnst du auch mal die 50-50 Spiele. Spiel natürlich auch nochmal eine große Rolle. Wenn du die nur verlierst, so fühlst du dich irgendwann auch verarscht. Wir haben trotzdem einige Momente am Sonntag gehabt, wo wir uns ein bisschen veräppelt vorkamen. Aber das bleibt nicht aus. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tore gesehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, positive Bewertung, würde ich mich sehr drüber freuen. Teilt mir eure Meinung in den Kommentaren zu allen gestellten Fragen. Was waren eure Player-Picks? Hat sie jetzt ein bisschen gelohnt? Hat wenigstens einer hier in den Sonnen gezogen? Ja, wäre ja nicht schlecht. Ladies, wir sehen uns im Laufe der Woche wieder. Morgen oder Mittwoch streamen mit der Weekend League Quali. Haltet euch auf Instagram offen und checkt es sehr, sehr gerne ab. Und ich bin raus. Macht's gut und tschüss.